Hallo, mein Name ist Axel Foley und ich möchte gerne mit... Hallo, willkommen bei Beverly Hills Police Department. Zur Fortsetzung dieser Durchsage in Deutsch drücken Sie ein Würstchen. Axel Foley ist wieder da. Nein! Na, was führt Sie denn nach Kalifornien, Axel? Urlaub? Ich suche nach einem Killer. Und eine Spur führt nach Wonderworld. Danke Ihnen. Und ich Ihnen erst. Lufus Raven spielt also wirklich verrückt. Sie stolpern hier zwischen ermittelnden FBI-Beamten herum. Ich will ihm nicht begegnen und ich will nicht, dass er das Gelände betrifft. Wir haben hier einen Verrückten. Geh gut festhalten! Gut! Mich doch fest! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie diesen Charm sofort verhaften. Tüffen wir, Sie brauchen wir nicht. Du musst dich sofort stellen, Mann! Legt ihn auf! Lauf! 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 Eddie Murphy Beverly Hills Cop 3 Lauf! 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 Untertitelung des ZDF, 2020